Black Panther, Wakanda Forever. Lief ja bereits schon im November in den Kinos an und kommt heute exakt auf Disney Plus raus. Ja, ich wollte mit euch über den Film nochmal kurz sprechen. Ich habe ihn mittlerweile zweimal im Kino gesehen und einmal auf Disney Plus, sehr wahrscheinlich. Ich nehme das hier noch vor dem Release auf, damit es pünktlich am Release kommen kann, aber ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal mit meiner Familie anschauen. Und ich muss sagen, er hat es in sich. Einer der richtig, richtig guten Filme der Phase 4. Phase 4, wenn ihr unser Marvel-Podcast hört, wisst ihr, ist extrem Hit und Mist. Äh, Ski-Hulk. H-Hulk? H-Hulk? Hier wird es zu Spoilern kommen. Ich werde über den Film ganz offen reden, das sage ich euch schon. Und ich würde sagen, wir hangeln uns mal so ein bisschen durch die Dreieaktstruktur. Ich bin ehrlich, es ist schon ein paar Tage her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen habe ich nicht mehr alles hundertprozentig auf dem Schirm. Ich weiß aber noch, dass der Tod von T'Challa meiner Meinung nach sehr schön inszeniert wurde. Da dreht sich der Film extrem, extrem viel rum, also allgemein um das Thema Legacy, Vermächtnis. Wie geht man mit dem um, was einem die Vorfahren hinterlassen haben und so. Und das Ganze wird aus mehreren Perspektiven betrachtet. Und ich bin ehrlich, das ist ein richtig guter Ensemble-Film. In diesem Film schafft es das Ensemble wirklich nach vorne zu treten. Wir hatten damals Black Panther 1, den ich persönlich viel zu überbewertet fand. Ich mochte den nicht wirklich. Also, er war in Ordnung. Am Anfang, nach dem ersten Mal gucken, war ich so, äh, ne, gar nicht meins. Und das, nachdem ich dann noch ihn zwei-, dreimal weitergesehen habe, fand ich ihn doch in Ordnung, aber mehr auch nicht. Und der zweite Teil, finde ich, hat all diese Nebencharaktere genommen, die um T'Challa herumstanden und sie jetzt ins Rampenlicht gestellt. Und ich persönlich finde, dass dieser Film deutlich besser als der erste Teil ist. Weil wir haben hier Charaktere, die nie so wirklich im ersten Teil beleuchtet wurden. Sie waren halt da. Zum Beispiel die Mutterkönigin. Die hat in diesem Film einen unfassbar emotionalen Arc. Beziehungsweise, sie stirbt nämlich. Und das macht viel mit den Charakteren. Wir haben fast das komplette Königshaus, das hops geht. Wir haben am Anfang T'Challa. Wir haben im zweiten Drittel Ravonna, hieß sie, glaube ich. Oder Ravonna. Weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Und ab der Beerdigung liegt ein extremer Fokus auf Shuri. Und ich finde, Letitia Wright, die ja die Shuri spielt, hat extrem, extrem gute Arbeit geleistet. Ich finde, sie persönlich ist der bessere Black Panther. Und sie ist auch meiner Meinung nach der nahbarere Black Panther. Es gibt sehr viele Parallelen zum ersten Teil, beziehungsweise mehr zu Civil War. Und zwar, wie T'Challa den Tod seines Vaters verarbeitet. Und wie Shuri den Tod von T'Challa verarbeitet. Und wie gemeinsam, oder wie gleich und wie unterschiedlich sie ihn verarbeiten. Das wird in dem Film sehr, sehr gut aufgegriffen. Ich muss sagen, der Film ist nichts für schwache Nerven. Das ist schon ordentlich was, was man da zu kauen bekommt. Und ich finde, der Film geht extrem lang. Über zweieinhalb Stunden, ich glaube sogar fast drei Stunden. Also kommt an Eternals rein. Wenn nicht sogar länger als Eternals. Und ich finde es gut. Der Film nimmt sich Zeit. Der Film nimmt sich wirklich an Stellen, wo er Zeit braucht. Zeit, die Charaktere zu beleuchten. Besonders Shuri. Aber auch eine Mutterkönigin. Als auch ein Embaku. Solche Leute werden vernünftig beleuchtet. Als auch eine Okoye. Ich bin ehrlich. Richtig, richtig cool. Und ja, natürlich muss es dann auch noch den Bösewicht geben. Aber ich finde, in diesem Film haben wir nicht einen 0815 Marvel Bösewicht. Wir haben Namor. Und der ist richtig cool. Story. Vibranium wurde am Meeresgrund gefunden. Und die Amerikaner sind immer wieder die Bösen. Und jetzt will Namor erst mit Wakanda kämpfen. Dann gegen Wakanda kämpfen. Ja, also typisches Haut drauf. Allerdings muss ich sagen. Sehen wir hier eine extrem, extrem schöne neue Welt? Dachte ich am Anfang. Wir sehen nämlich Namos Unterwasserwelt. Talokan. Seine Heimat. Ich fand die Szene beim ersten und beim zweiten Mal gucken extrem schön. Ich liebe allgemein ein Unterwasser-Theme. Ich finde, unter Wasser kann man so extrem viel Schönes darstellen. Im Weltraum und unter Wasser. Das sind die beiden schönsten Sachen, die es gibt. Und der Film macht es solide. Wie gesagt, am Anfang fand ich die Szene richtig, richtig schön. Dann habe ich Avatar 2 gesehen. Und Avatar 2 hat alles in den Schatten gestellt. Also, ähm, ja. Man hat gemerkt, dass es Marvel war. Die Szene war solide im Endeffekt. Es kommt nicht an Avatar 2 ran. Wenn euch Avatar 2 interessiert, meine Meinung dazu. Die Review gibt es bereits auf dem Kanal. Habe ich auch schon einiges von erzählt. Und war extrem schön. Ich mag Avatar 2. Talokan und Namor. Etwas, was mir an dem Film sehr gut gefällt. Etwas, was mir an dem Film nicht so gut gefällt. Ist Riri Williams. Ironheart. Ja. Ironheart ist einfach nur ein MacGuffin in diesem Film. Ähm. Zur Erklärung. Ein MacGuffin ist, meine ich, kommt aus dem Theater. und wird immer dann bezeichnet, wenn man zum Beispiel, sag ich mal, eine Requisite hat. Eine Pistole in einem Theaterstück, die sehr offensichtlich für den Zuschauer auf der Bühne liegt. Und der Zuschauer weiß, irgendwann wird diese Pistole noch wichtig. Und diese Pistole dann später auch wirklich irgendwann noch wichtig wird. Aber solange sie da liegt, ist sie ein MacGuffin. Damit der Zuschauer quasi schon so kleine Teaser bekommt. Und ich finde, Riri Williams war den ganzen Film über einfach nur ein MacGuffin. Sie war da, um zu zeigen, hey, Franchise, wir haben auf Disney Plus im Sommer da so eine Serie, die nennt sich Ironheart und da gibt's einen coolen Charakter und den musst du mögen, weil wir sind Marvel und wir wollen, dass du verdammt nochmal unsere Charaktere magst. Hm. Franchise. Der Film will halt wirklich sie als unfassbar schlau, unfassbar sympathisch und mitfühlsam. Und ach, die ging mir so am Arsch vorbei. Ich hoffe, ihre Serie macht es besser, werde ich sehr wahrscheinlich auch wieder Folgen-Reviews zu machen. Aber ich bin ehrlich, sie hat mir in dem Film nicht gefallen. Sie war halt da und war halt auch irgendwie recht nervig. Sie hatte keinerlei Story-Arcs. Sie war halt quasi die Wissenschaftlerin, die das Vibranium-Suchgerät entwickelt hat, weswegen Namor hinter ihr her war. Ja, nee. Wir haben den neuen Black Panther und sehr wahrscheinlich haben wir M'Baku als König von Wakanda. Ja, die Rollen wurden jetzt irgendwie so ein bisschen aufgesplittet. Finde ich gut. Ich sehe M'Baku mehr als König als Shuri. Shuri soll jetzt Black Panther sein und gern auch mal raus in die Welt. Ich glaube, Shuri hat so ein bisschen den Drang, nach draußen in die Welt zu gehen und zu zeigen, hey, ich bin der Black Panther. Ja, finde ich gut. Würde ich gerne in anderen Crossovers sehen. Maybe sogar in Ironheart. Also, ich glaube, ein Auftritt von Shuri in Ironheart wird das Ganze nur aufwerten und ich kann es mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Sei es Shuri, sei es Okoye. Ich meine, wir hatten selbst die Dora Milage in Falcon and the Winter Soldier. Ja. An einer Stelle hat mich der Film wirklich sehr emotional gecatcht. Und zwar Namor. Ich mag Namor persönlich richtig, richtig gerne. Klar, seine Intention, auf einmal Krieg gegen Wakanda zu führen, um sein Volk zu schützen, ist so ein bisschen dämlich. Ja, hat für mich nicht ganz Sinn ergeben. Allerdings fand ich es gut, dass er überlebt hat. Ich möchte gern Namor sehen. Ich möchte gern von Talokan mehr sehen. Meinetwegen, gebt mir doch lieber eine Namor-Serie anstatt eine Ironheart-Serie. Hier. Fände ich auf jeden Fall cool. Was ich auch lustig fand, waren die ganzen Talokanianer. Oder wie man die auch immer nennt. Ich fand, die hatten so ein extremes Avatar-Design mit der blauen Haut und so. Fand ich lustig, dass die Filme auch so nah beieinander erschienen sind und beide so mit unter Wasser und blauen Menschenviechern gespielt haben. Deswegen mache ich auch häufig den Stärz Black Panther The Way of Water. Fand ich lustig, aber ich muss sagen, Avatar ist immer noch der bessere Film von denen. Obwohl Black Panther wirklich gut war. Und ich möchte mehr Shuri sehen. Ich freue mich auf mehr Shuri im MCU. Ich hoffe, ihr verpflichtet mir dabei. Schreibt mir gerne wieder eure Meinung in die Kommentare. Jetzt kann ich euch noch zwei Reviews von mir empfehlen. Einmal die Avatar-Review als auch die Matilda-Review. Ja, einen Netflix-Film, der gar nicht mal so bekannt ist. Wo es aber doch so ein bisschen was zu erzählen gibt. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.